Wenn du Salat und Janazah machst, ja. Okay, dann sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, macht mein Grab nicht zu einem Eid. Eid ist ja eigentlich, so wie wir es normalerweise übersetzen, Festtag. Und Eid heißt, sprachlich gesehen, Eid, kommt vom Wort Aada, zurückkehren, heißt das. Und gemeint ist, weil es jedes Jahr wieder passiert. Jedes Jahr kehrt dieser Tag zurück. Und deswegen feiern wir den Tag jedes Jahr. Eid al-Adha und Eid al-Fatr. Jedes Jahr zum gleichen Zeitpunkt fast. Feiern wir diese Tage. Und das heißt, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat verboten, dass man zu seinem Grab regelmäßig geht. Dass man zum Beispiel einmal der Woche zu seinem Grab geht. Oder einmal im Monat. Oder im Rajab. Es gibt manche Leute, die machen im Rajab, machen sie immer Ziyara al-Rajabiyya. Oder, ja, die sagen, also einmal, ich weiß nicht, woher das kommt, Allah alaikum. Auf jeden Fall haben sie solche Bid'a in der Religion. Und manche Leute, zum Beispiel, nach jedem Salah im Masjid al-Nabawi, nach jedem Salah stehen sie auf und gehen sich zum Grab des Prophets und assalamu alaihi wa rasulullah. Und nach jedem Fajr-Gebet machen sie das, ja. All dies ist eine Abweichung von dem, was der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, uns mitgeteilt hat, ja. Gut. Es gibt also keine Regelmäßigkeit, man besucht das Grab ab und zu und der Grund, warum wir das sagen, ist nicht, wie die Sekten dann einem vorwerfen, die Sekten sagen einem dann, ja ihr mögt den Propheten s.a.w. nicht, deswegen macht ihr das nicht. Und wir sagen, nein, der Prophet s.a.w. hat den Hadith gesagt, nicht umsonst, er hat gesagt, macht mein Grab nicht zu einem Ort des Eid, und sagt den Friedensgruß zu mir, sagt Allahumma salli ala Muhammad, denn euer Salat wird mich erreichen, egal wo ihr seid. Das ist doch eine klare Antwort nun, dass man nicht extra zu ihm hingehen muss, und sagt Allahumma salli ala Muhammad, und das Salat ist schon dort angekommen. Und der Grund ist, weil es gibt ein Hadith, in dem der Prophet s.a.w. gesagt hat, Und zwar, Allah hat auf der Erde umherziehende Engel, Engel, die von einem Ort zum nächsten gehen, und so, Ja, sie teilen mir mit, wenn jemand von meiner Umma, Allahumma salli ala Muhammad, gesagt hat. Ja, wenn jemand das gesagt hat, diese Engel sind genau dafür erschaffen. Also, braucht man sich keine Sorgen machen. Und dieser Hadith hat Imam Ahmad überliefert, und Anasai, und andere, und Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sagte, dass der Isnad sahih ist, wallahu a'ala. Ja, ja, und übrigens, den ersten Hadith, den ich erwähnt habe, und zwar, dass man seinen Grab nicht zum Eid machen soll, und bis zum Ende, wo er gesagt hat, denn euer Gebet erreicht mich, oder euer Salat erreicht mich, oder euer Dua für mich erreicht mich, egal wo ihr seid, dieser Hadith ist, der Sheikh al-Albani, rahimahullah, sagt, der Hadith ist sahih. Ja, und auch andere Gelehrte, in Nawawi, sagt auch, der Hadith ist sahih, und Sheikh al-Islam sagt, der Hadith ist Hassan, wie die ihm auch sei. Ja, Ibn Hajar sagt auch, der Hadith ist Hassan, möge Allah mit ihnen allen karmherzig sein. Gut, dann machen wir weiter. Gut, dann gibt es einen Hadeith, der ich glaube, dass er von Ali, Ibn al-Hussein, r.a. Das ist ein Hadeith von Ali, Ibn al-Hussein. Al-Hussein, und Ali, Ibn al-Hussein, Al-Hussein, also der Enkel des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, also er ist praktisch Ali, Ibn Ali, äh, astagfirullah, Ali, Ibn al-Hussein, Ibn Ali, Ibn Abi Talib, r.a. Also er ist praktisch der Sohn eines Sahabi. Und sein Urgroßvater ist der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam. Und er ist derjenige, den man nennt, Zaynul Abidin, weil es man das mal gehört hat. Und er gehört zu den Besten der Familie des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, in Bezug auf As-Kese, As-Suhd, in Bezug auf Wissen, in Bezug auf Fiqh. Und Al-Hussein, sein Vater, r.a.w. wissen wir, ist der Sohn von Fatima, bzw. der Sohn von Ali. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Fatima, die Dochter des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Ja, und zwar hat dieser Mann, Ali, Ibn Hussein, hat einen Mann beobachtet, der regelmäßig eine Lücke findet, oder einen Spalt findet, oder ähnliches, beim Grab des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und er ist immer zu diesem Spalt gegangen, anscheinend fühlt er sich dann näher. Allah, ich habe nirgends in der Erklärung hier gefunden, was genau gemeint ist mit dem Spalt. Ob das ein Spalt war, irgendwie eine Einbuchtung, ein Grab, sodass es eine Vertiefung war, oder ähnliches, wie dem auch sei. Oder ob es unter den Menschen eine Lücke war, Allah, habe ich nicht gefunden. Aber offensichtlich war es irgendwie eine Lücke im Grab, oder eine Spalt, oder eine Einbuchtung, oder eine Vertiefung. Da ist er hingegangen, und dieser Ali hat diesen Mann beobachtet, dass er immer zu dieser Stelle hingegangen ist. Und dann hat er ihm, zu ihm gesagt, hat es ihm verboten, und hat gesagt, soll ich dir nicht etwas erzählen? Soll ich dir nicht ein Hadith erzählen, den ich von meinem Vater gehört habe, und den mein Vater über seinen Großvater überliefert hat, über meinen Großvater überliefert hat, und den er über den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wa sallam, überliefert hat, also eine geschlossene Überlieferungskette, dann sagte er, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, nehmt mein Grab nicht zu einem Ort des Eides, macht eure Häuser nicht zu Grabstätten, und macht den Salat über mich, denn euer Salam wird mich erreichen, egal wo ihr seid. Und diese Überlieferung, darüber gibt es Meinungsverschiedenheit, also offensichtlich ist die Überlieferung nicht authentisch, und diese geschlossene Kette, die ich gerade eben vorgelesen habe, die ist zwar geschlossen, aber, äh, wir müssen, also, das heißt ja nicht, dass sie bis uns geschlossen ist, das ist ein Punkt, äh, aber sagen wir mal, lassen wir das mal außen vor, und sag, weil ich, warum sage ich das? Weil, die Bücher, Bukhari und Muslime, Nisa, Abu Dawood und die Hadithbücher, sind bis zum heutigen Tag in die Ashanid geschlossen, ja, ähm, aber sagen wir mal, bis zum, bis zum, bis zum Autor, der diesen, diese Überlieferung überliefert hat, unter ihnen Imam al-Bukhari, in Tarikh al-Tarikh al-Kabir und Abu Ya'la, äh, und andere, ähm, bis zu ihnen muss nur erstmal der Isnat vollkommen sein, und das ist er nicht, sondern da gibt es Personen, die ihn überliefert haben, über die man sich nicht ganz einig ist, dass sie, also, vertrauenswürdig sind, ja, also, und deswegen, also, wie gesagt, aber das spielt keine große Rolle, weil was uns interessiert, ist der Hadith, und der Hadith, der Inhalt des Hadithes ist genau der gleiche Inhalt wie der andere, deswegen ist der Hadith selbst, bis auf die Erzählung, die vorangegangen ist, zweifellos authentisch, ja. Ja, und dieser Hadith ist überliefert als Nebeninformation in einem Buch, das heißt al-Muhtarah, Abkürzung, und gemeint ist, ähm, also al-Muhtarah ist eine, äh, Abkürzung eines Buches, und zwar, ähm, von einem Mann, der heißt, und, äh, jetzt hatte ich es gerade eben, äh, ja, 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 Entschuldigung, genau, al-Ahadith al-Muhtarah heißt es, einfach die auserwählten Hadithe, und man, man kürzt manchmal den Titel ab, obwohl er nur zwei Worte besteht, ja, und zwar al-Ahadith al-Muhtarah. Und der Geläte sagt, diese, diese, diese Hadith-Sammlung ist von dem Geläten Abdul Ghani al-Maqdisi. Abdul Ghani al-Maqdisi ist einer der bekannten Hanbalitischen Geläten, und die, äh, Hanbalitischen Geläten, ähm, haben wenig Hadith-Geläte gehabt, also wenig Geläte gehabt, die Hadithe weiter überliefert haben, ja, und das ist seltsam, weil Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala, er selbst war ein, einer der großen Hadith-Geläten, und er hat diesen riesen Musnad, wo er zigtausende von Hadithe überliefert, alhamdulillah, die wir bis heute noch haben, und, äh, die, die, äh, und, äh, äh, zum Beispiel die Schafi'i'er, die Geläten des Schafi'i'ischen Madhab, sie sind bekannter geworden dafür, dass sie Hadithe weitergegeben haben, ja, sondern bei den Hanbaliten war es mehr ein Ausgleich zwischen Fiqh und Hadith, äh, und bei, ähm, so war, so sind sie Hadith-Geläte, als auch Fuqaha, und bei den Hanafi'er zum Beispiel war es anders, sie waren mehr auf den Fiqh aus, und haben sich um die Hadith-Wissenschaft weniger gekümmert, und deswegen werden sie auch genannt Ashab-Rai, Ashab-Rai gemeint ist, also wortwörtlich heißt es Leute der Meinung, und gemeint ist Leute, die sehr viel Al-Aql verwenden, den Verstand verwenden, äh, und, äh, Al-Qiyas, den Analogieschluss, äh, das ist kein Definition, das ist jetzt eine, eine grobe Übersetzung, ja, aber Al-Aql gemeint ist, den Verstand verwenden, das heißt, das heißt nicht, dass die anderen keinen Verstand verwenden, sodann, wenn man keinen Hadith hat, dann muss man, äh, die Lücken schließen, die man hat, muss man die Lücken schließen, die man hat, entweder durch logische Schlussfolgerungen, oder, durch das, was man von der Religion verstanden hat, was, was vernünftig erscheint, an diesem Zeitpunkt, zu diesem Ortpunkt, äh, zu machen, ja, und, äh, ja, Wallahu ta'ala alam, und die, äh, auch die Malikiyah, äh, haben sich mehr um die Hadith gekümmert, als die, äh, Hanabila, Wallahu ta'ala alam, wie dem auch sei, äh, kommen wir, gehen wir weiter, und sagen, wir haben aus dem, was wir gelernt, gelesen haben, oder gerade gehört haben, gelernt, dass man, äh, dass es einem Verboten ist vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, übertrieben fiel, das Grab zu besuchen, ja, übertrieben fiel, das Grab zu besuchen, sondern, äh, der Mittelweg ist der beste, und, äh, wir haben, äh, dieses Kapitel abgeschlossen, und wir sagen, wir kommen jetzt, mit einer, äh, dreiminütigen Pause, inshaAllah, machen wir, inshaAllah, das nächste Kapitel, und, sallallahu ala nabina muhammad, bismillah, alhamdulillah, wa sallatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, babun, neun ist Kapitel, ma ja'a anna ba'da hadhi l'umma, ya'budul awthan, also nachdem, was wir alles gelesen haben, über Tauhid und der Schirk, kommt jetzt ein Kapitel, ein Kapitel, in dem der Autor uns zeigen möchte, ähm, in dem es darum geht, ja, alhamdulillah, dass manche Leute, von dieser Ummah, werden, falsche Götter anbeten, awthan, ist nicht nur falsche Götter, sondern Götzen anbeten, manche, werden, Shirk machen, also den großen Shirk, wieder machen, ja, darum geht's, in dieser, so, und wir haben einmal, ganz am Anfang, äh, äh, erwähnt, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, folgendes gesagt hat, inna sh shaytana, ayisa, an ya'budahul musalluna, fi jazirat al-arab, walakin, fi t-tahriishi, beina'hum, also, da haben wir gesagt, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat, dass der Shaitan, es aufgegeben hat, dass die Betenden, auf der arabischen Halbinsel, äh, ihn anbeten werden. Der Shaitan hat aufgegeben, dass die Betenden, in der arabischen Halbinsel, den Shaitan anbeten werden. Ähm, und manche Leute haben daraus verstanden, ich weiß nicht wie, dass, das bedeutet, dass niemals wieder, der Shaitan, in der arabischen Halbinsel, angebetet wird. Und das ist nicht richtig, sondern, Allah, subhanahu wa ta'ala, oder der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat uns lediglich mitgeteilt, dass der Shaitan, als er offensichtlich gesehen hat, wie die Muslime, fi d-dinnillahi af waja, eintreten, die in Massen, in die Religionen Allahs eintreten, oder in Scharen, dann hat er aufgegeben, die Hoffnung aufgegeben hat, und hat gesagt, also, hier werde ich niemals mehr angebetet werden. Das alles, okay, weil er gesehen hat, das heißt, wenn man den Shaitan ärgern will, dann verrichtet man seine Gebete. Das ist schön. Aber der Shaitan hat nicht aufgegeben, Zwietracht zu stiften, Unruhe zu stiften, zwischen den Muslimen, und auch unter den Betenden. Wie dem auch sein. So, das war es, ja. Also, aber es wird, wie der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat, wieder eine Menschengruppe geben, die den Shaitan anbetet. Allah, subhanahu wa ta'ala, sagte in Surat al-Nisa, Vers 51, Siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie glauben an Zauberei und falsche Götter und sagen von denen, die ungläubig sind, diese da sind eher auf dem richtigen Weg geleitet als die Gläubigen. Diese Ayah wollen wir jetzt versuchen zu verstehen. Das ist die erste Ayah, die der Autor erwähnt hat. Und die Ayah ist nicht schwer zu verstehen, nur, man muss nur wissen, worum es geht. Und hier sagen wir tatsächlich, also, die Übersetzung hätte anders lauten müssen, in diesem Fall. Weil, Yara auf Arabisch heißt, sehen. Okay? Aber,